Musik 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 Eine richtige Demonstration! Eine richtige Demonstration! Und bei einer richtigen Demonstration, da fliegen auch richtig die Fetzen! Und genau die Fetzen will ich fotografiert haben! Es ist mir egal, was ihr wollt! Ich will heute Abend jemanden auf der Demonstration, der Fotos macht! Mir ist egal, wie ihr das anstellt! Lasst euch was einfallen! Sag mal, wofür bezahle ich euch eigentlich? Denkt euch was aus! Und hierfür die Fetzen sind... Ich zeige euch! Ich schaue euch das an, daselteigendor. Ich zeige euch das an die Fliegen. Und dann schaue ich euch das an! Ich zeige euch das an! Jetzt werfen euch das an! Ich zeige euch das an! Ich zeige euch das an! Ich zeige euch die Fliegen. Ich zeige euch das an! Jedenfunk, zentral am, zentral am! Und ich zeige euch das an! Wir gehen euch das an! But dann Die Fotos sind absoluter Mist. Die haben keine Dramatik und sind so weit weg vom Geschehen. Da kann ich nichts mit anfangen. Das kannst du doch sonst so gut. Ich brauche Fotos, wo die Menschen das Gefühl haben, im Geschehen zu sein. Verstehst du das? Das ist unsere Aufgabe. Nein, das ist unsere Pflicht. Medien sind der Spiegel der Menschen. Und vergiss, dass Geld dabei liegt. Ohne Fotos. Keine Kneter. Du bist absolut ungeeignet für den Job, wenn du mir nicht mal ein paar schöne Fotos von der letzten Sensation bringen kannst. Vergiss nicht, ich hab dich groß gemacht und ich kann dich auch wieder... Ich stell dir ein Ultimatum. Geh heute Abend zu der Demonstration und besorg mir das Titelbild. Nicht irgendein Titelbild. Das Titelbild. Ich will das Foto noch heute Abend auf meinem Schreibtisch haben. Und wehe, du vermasselst das. Das ist deine letzte Chance. Wenn du das nicht auch hinkriegst, dann kannst du dir ab morgen einen neuen Job suchen. Jetzt raus. Jetzt raus. Kommt. Ich muss mich, Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.